Hallo und herzlich willkommen zu volltotal und wie Sie es von uns erwarten dürfen, zeigen wir Ihnen natürlich auch heute wieder nur die furiosesten Ausschnitte deutscher Talkshows. Ja, gleich wird hier nach allen Regeln der Kunst gezankt und gezetert. Ja, so ein richtiger Streit, der beginnt ja oft damit, dass man sich was vorwirft und endet damit, dass man sich was nachwirft. Ja, mal gucken, wie es heute endet, denn unser Thema Deutschlands schlimmste Streithähne. Nina, ich habe gerade eben gesagt, du möchtest zum Filmen. Ja, genau. Porno-Darsteller werden. Ja, die Erfahrung ist. Was für ein Film? Erotik-Darsteller. Erotik, ja. Ja, die Sache ist die, davor habe ich auch etwas Erfahrung gesammelt als Begleitservice. Aber das war sowas, was wir da gehört haben gerade eben auch zum Beispiel. Ja, und es hat immer gut geklappt und ich wollte höher steigen, mal schauen, wie es läuft. Das ist doch nicht unbedingt ein Aufstieg, oder? Ja, finde ich ja. Für dich ja. Ja, klar. Aber ich dachte, Begleitservice ist okay. Pornofilme drehen, kann auch okay sein natürlich, aber ich dachte vielleicht... Also für mich wäre das besser. Ja, warum? Mal neue Erfahrungen sammeln, warum nicht? Ah ja, willst du schöne Frauen, ne? Ja, klar, warum? Ja, umsonst, ne? Ja, und dann muss ich die Kälte kriegen, ne? Ne, Nat, wie stehst du zu Prostitution? Wie ich dazu stehe? Mhm. Ich habe es selbst gemacht, ich habe kein Problem damit. Du warst selbst Prostetöte? Ja, klar. Du brauchst keine Angst haben, zu dir wäre er eh nicht gekommen. Aber bei dir. Hör mal, du könntest meine Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter sein. Da kommst du auch noch hin, das bleibt dir gar nicht erspart. Wer will denn dich ...? Fantascha, grüß dich, hi. Hallo. Geht's gut? Ja. So, Sendung verfolgt? Ja. Was hältst du von Prostitution? Ja, ich halte da gar nichts von. Ich finde, die Frauen tun sich ... Die Frauen tun sich einfach unter ihren Wert verkaufen. Die müssen das eigentlich gar nicht machen. Man kann auch anders arbeiten und dann anders an Geld kommen. Was ist so schlimm an Prostitution? Ich kann es nicht verstehen, wie eine Frau sich so erniedrigen tut. Ich verstehe es nicht. Versuch's doch. Das muss doch nichts mit Anredigung zu tun haben. Hör mal, die Frau ist anständig, du hirnloser. Ich bin hirnlos. Ja, ja. Guck mal, die ist voll vernünftig. Die sagt zum Beispiel, die hat recht. Guck mal, ich bin 19 Jahre, die könnte meine Mutter sein. Wenn meine Mutter das machen würde, was du machen würdest. Ey, red nur über Mamas oder was? Wie bist du denn drauf? Hör mal, was machst du denn? Spinner. Erzähl keine Scheiße. Lass mir mal deine Augenbrauen zupfen. Erzähl mal keine Scheiße. Geh nach Hause. Ich muss ja gar nicht so tun. Ja, erzähl nichts. Sei ruhig jetzt. Aber ich würde mir nicht. Hab ich ein Problem oder was? Sei ruhig, sei ruhig. Was ist denn mit dir? Nein, Lena, Lena. Hallo, hallo, hallo. Komm raus. Setz dich hin. Setz dich hin. Oh, du bist doch maulat, du Spinner. Hey, hallo, 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 hallo. Was ist denn mit dem hier? Hallo, hallo. Du Spinner, die hast du auch gepresst. So, das ist das Kind. So, das ist das Kind. Ich würde gerne noch was machen. Nee, warte, 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 warte. Sag ihr irre oder was? Warte, die zischte Zähne. Sei doch, mach ruhig. Mensch, bitte, ich gehe da mal. Hallo, nein, du bist mal ruhig. Ey, sag mal, jetzt habe ich Spinner. So eine, so eine Fallgeratte. Ja, sei doch, mach ruhig. Danke schön, Ina. Sehr gut. Danke schön. Danke schön. Also man hört und sieht hier ja so einiges. Ja, auch wie manche gewisse Schwierigkeiten haben, sich klar auszudrücken oder sich um Kopf und Kragen reden. Es ist eben gar nicht so einfach, vor laufenden Kameras immer das richtige Wort zu finden. Und dazu fällt mir auch folgendes Zitat ein. Nichts ist einfacher, als sich schwierig auszudrücken und nichts ist schwieriger, als sich einfach auszudrücken. Ja, ist doch klar, oder? Mary, hi. Es gab diesen Sommer eine ziemlich große Enttäuschung für dich. Was ist da vorgefallen? Ja, ich habe jemanden kennengelernt durch eine Freundin im August. Haben uns sehr gut verstanden auf Anhieb. Sind auch schnell zusammengekommen, aber leider nur vier Wochen. Weil es hat sich dann herausgestellt, dass er zur gleichen Zeit noch mit einer anderen zusammen war. Hallo. Ja, Dieter, willst du Mary nicht begrüßen? Ich meine... Na ja, es gibt erst mal noch so eigene Sachen zu klären. Du liebst sie? Ja. Du sagst, sie könnte dir jetzt vertrauen, ja? Eigentlich ja. Ich stecke ja nun nicht in Mary drin. Malgi, ja schade, dass du heute nicht hier bist, aber wir können uns zumindest unterhalten. Wann hast du dich denn jetzt getrennt vom Dieter? Das ist ganz toll. Erstmal ganz lieben Gruß Sabrina. Hallo Mary. Hallo liebe Dieter oder Leon. Oder wie du auch immer heißen magst. Bei mir warst du immer der Leon. Da möchte ich mal auch noch so einige Aussagen von Mary und von Dieter Leon oder wie auch immer heißen mag, bekräftigen bzw. entkräften. Ja, leg mal raus. Mary, du bist wirklich so eine nette Frau. Ich habe dich gestern noch getroffen. Ich habe dir auch gesagt, sei bitte vorsichtig, denn Dieter lügt, sobald er den Mund aufmacht und wenn er den Mund zugemacht hat, hat er gelogen. Am 3. November ist er entlassen worden. Mein Freund, mein Freund, mein Freund, meine Freundin und ihr Freund und wir können die ganze Geschichte alle bezeugen, wie wir hier sitzen. Dieter hat jetzt irgendwie so eine Karte gezückt. Was geht denn auf? Die nur davor warnen sich an diese Kreatur, die da sitzt, an dieses Individuum. Das ist kein Mensch mehr. Du bist wie ein weichgekochtes Ei. Außen harte Schale, innen glänzend weiß, wenn man es auch macht, aber verfault. Umso tiefer man ins Innere trinkt, umso mehr stinkst du, mein Lieber. Malgo, das kann... Malgo kann das jetzt nicht sehen. Was ist das jetzt für eine Karte, weil sonst bringt die uns jetzt nichts. Klären wir das so mit ihr kläre ich überhaupt nicht mehr, hätte ich schon mal gesagt. Nein, ich liege auch kein Geld darauf. Weißt du, du bist wie eine Hundekacke, die einen auf Schuh klebt und man sich davor eckert, sie wegzumacht. Malgo! Pass mal auf, in den 20 Monaten, in denen wir so angeblich zusammen waren, existierten außer mir am Anfang Claudia, Katrin, Veronika, Birgit, Claudia und Mary. Das ist in der Reihenfolge. Außerdem sind auch viele Männer, die sind heute, lauern ihm auch noch vor seine Tür und das ist das, warum er nicht verhauen will. Was ist denn eigentlich mit Frank? Sitzt der Dieter noch bei dir? Und als Hotel Marco zugemacht hat, hat er sich daran erinnert, es gibt auch noch ein Hotel... Malgo, jetzt frage ich mal Mary, glaubst du denn, dass der Dieter so ein schwerer Nöter ist, der ja Frauen an jeder Ecke hat? Keine Ahnung. Er hat dir eine goldene Uhr geklaut, die er mir geschenkt hat und hat behauptet, er hätte sie auf die Pfandleihe gekauft, weil ich eine Allergie habe. Moment, Moment. Mary, erinnerst du dich daran nicht mehr? Doch. Na bitte, die Spiele deines Kindes, die er meinem Kind geschenkt hat und behauptet hatte, er hat sie gekauft. Erinnerst du dich daran nicht mehr? Auch. Vielleicht möchtest du mit diesen Rosen trotzdem irgendetwas sagen, irgendwas Spezielles. Ja, dass mir die ganze Angelegenheit, wie sie abgelaufen ist, leid tut. Und so wie sie das gesagt hat, zum Teil hast du es selber mitbekommen, ist es nicht. Sollen die Rosen da jetzt so liegen bleiben oder bekommt Mary? Nein, die sind eigentlich für ihr. Bloß, weil wir sind vorsichtig, da sind Dorn dran. Was auch immer bei euch beiden rauskommt, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück dabei. Danke. Streiten gehört ja eigentlich auch zu einer gesunden Partnerschaft dazu. Ja, so ein ordentlich ausgetragener Streiter kann ja auch seine guten Seiten haben. Man erfährt mal vielleicht was Neues und Wichtiges über einen Partner. Ja, und es kommt was auf den Tisch, was sonst eben unter den Tisch gefallen wäre. Ja, mal ganz ehrlich, ständig der gleiche Meinung sein, nie nein zum anderen sagen, ja, ist auf Dauer ja auch langweilig, oder? Aber man muss es ja nicht gleich übertreiben. Hi Marc, grüß dich. Wie denkst du über Rollenverteilung im Haushalt? Ja, ich denke, wenn sich jeder, wenn Frau und Mann, jeder sich auf seine, seine Stärken beschränken würde, dann würde es viel besser laufen. Und wenn sich Frauen darauf beschränken würden, die Sachen zu tun, die sie wirklich gut können, dann würde alles funktionieren. Was würdest du denn sagen, was sind Sachen, die Frauen gut können? Kochen, bügeln. Hast du gerade eine Freundin oder wie lebst du? Ich weiß es gar nicht. Zu Zeiten, also zu Zeiten nicht. Semja, grüß dich. Hi. Wie denkst du über Marc? Hast du mitbekommen, was er gesagt hat? Er kann eigentlich überhaupt gar nicht über dieses Thema reden, weil er einfach noch zu jung ist, nehme ich mal an. Du kannst doch nicht darauf, du kannst... Hallo, wir sind ja nicht auf irgendeinem Asso-Treff, sondern wir unterhalten uns ganz normal. Das brauchst du mir nicht zu erklären, wenn du jemanden mit keinen Argumenten kommst, sondern nimmst ihn nur beleidigt. Ich habe noch gar nicht angesagt. Du willst meine Intelligenz danach messen, wie alt ich bin? Ich habe noch nicht gesagt, dass du intelligent bist oder nicht intelligent. Aber du hast mich ein Asso genannt. Du hast mich indirekt ein Asso beleidigt. Ich habe nur gesagt, Asso verhalten. Also, lass mich doch argumentieren, dann kannst du deinen Text bringen, okay? Es geht darum, dass du einfach wahrscheinlich noch zu jung bist, dass du sagen kannst, wegen den Frauen... 26. Du bist nicht viel älter. Lass sie doch mal ausreden. Genau, hey, so funktioniert das nicht. Wenn du das noch nicht gecheckt hast, dann brauchen wir über das andere Thema auch nicht reden. Aber dann müsstest du eigentlich auch schnallen, dass kein anderes Mal das zu teilen hat, den Haushalt. Es ist ja so, dass jede Frau berufstätig ist. Und eine Studie, wo du vorher gemeint hast, du hast auch irgendwelche Studien gelesen, wie auch immer... Das sind keine Studie, die sind Bücher. ...belegt auch, dass du, wenn du erwerbstätig bist, circa 56 Milliarden Arbeitsstunden im Jahr dafür benötigst, wie gesagt, zur Arbeit zu gehen. Und bei dem Haushalt und bei der Familie sind es 96 Milliarden Tage, Stunden, beziehungsweise Stunden. Und? Ja, das ist doch wohl klar, dass die Männer mehr Freizeit haben und deshalb, gefälligst, auch im Haushalt helfen sollen. Tamara, grüße dich. Hallo. Ich muss sagen, mein Freund war am Anfang vielleicht irgendwo der gleichen Meinung. Allerdings hatte er vorher auch eine Frau, die eben das verkörperte, dass er arbeiten geht und sie zu Hause ist. Und ja, also ich denke, dass das sich nach einem Dreifeljahr gut geändert hat. Also er nimmt selbst heute den Staubsauger in die Hand und sagt, mal die Wohnung. Es kommt immer darauf an, wie man es ihm beibringt. Machen Persönlichkeit, oder? Nö. Nö. Er liebt sie. Genau. Das bedeutet eine Partnerschaft. Du wirst erst mal ein bisschen älter, dann kannst du da mitreden. Glaubst du mir? Du bist mir wahrscheinlich genau das selber. Das hat doch nichts... Ich hab's auch, wenn du eine Hammerfrau hast, die... Und die Frau würde von dir... Ich hab dich doch ausreden lassen, wieso wirst du mich nicht... Also halt die Schnauze. Pass mal auf, ist das so, wenn du eine Frau hast... Ich dachte, wir sind dich im Assoviertel... Die liebst du über alles. Und die würde jetzt von dir verlangen, dass du einmal in der Woche irgendwie was im Haus haben musst. Dann würdest du sagen, hey, alter, verpiss dich. Nein, das ist doch okay. Das ist doch okay. Ja, genau, dann würdest du es auch machen. Also das hat nichts mit Weichheit zu tun, das hat einfach was mit Partnerschaft zu tun. Das habe ich auch nicht gesagt. Und mit einfach Teilen. Das habe ich aber auch nicht gesagt. Hast du schon. Du hast das Thema verfehlt. Eine Beziehung ohne Stress und Streit, ja, die gibt's doch gar nicht. Ja, meist ist es ja der ganz alltägliche Kleinkram, der das prünberüchtigte Fasten zum Überlaufen bringt. Ja, also die Zahnpastatube, die guten Ratschläge des Beifahrers oder die amorösen Verstreckungen im Freundeskreis. Ja, wie im nächsten Beitrag. So wie bei Jenny, Danny und Felix. Hi, Jenny. Hi. Worum geht's? Ich möchte gern meinen Ex-Freund wieder zurück. Echt? Ja. Wie alt, wie heißt er? Erzähl uns die Geschichte. Also ich bin 16, er ist 17. Mhm. Und wir sind auseinandergekommen, weil ich mit meinen Gefühlen nicht klar war, weil sein bester Freund ist auch mein Ex-Freund und ich dachte, dass ich doch noch was für Felix empfinde. Aber es ist doch nicht so, weil ich mit Danny halt doch liebe. Gibt's da eigentlich jetzt Probleme irgendwie? Ja, Felix ist dazwischen. Er sagt zu ihm, wenn er wieder was mit mir anfängt, dann kündigt er ihm die Freundschaft. Hey Felix, schön, dass du da bist. Also, erstmal, eine ganz nette Geschichte ist es hier auch nicht, irgendwie die Ex vom besten Freund irgendwie sich unter den Nagel zu reißen. Ist dir noch richtig was gelaufen zwischen euch? Ja, was heißt richtig gelaufen? Wie ich schon gesagt habe, ist das ein bisschen ungemacht halt. Ich kenne sie auch schon ziemlich lang. Ja. Deswegen ist sie was für ein Mensch, warum keine gute Freundin für Danny? Ja, sie ist nicht in allen Dingen so unbedingt ehrlich. Wo dann? Ah ja, hättest du zum Danny gleich gesagt, dann wäre vielleicht vieles nicht so... Was denn gleich gesagt? Dass du ihn nicht mehr liebst. Ich war mir mein Gefühl nicht sicher. Sie hat zu mir gesagt, sie macht Schluss und hat dann mit ihm rumgemacht. Und danach gleich zu Felix? Ja. Mhm. Und das war bei einer Party oder was war das? Ja, das war eine Party. Wie ging das dann weiter? Bist du nach Hause? Nee, ich hab dann, ich hab mich dann halt ein bisschen betrunken. Was man halt so macht, war halt schon etwas hart. Und naja, dann bin ich halt draußen rumgerannt. Und als ich dann halt wiederkam, bin ich halt ins Schlafzimmer rein. Und da lag sie halt nackt im Bett. Und Felix mit Hose unten stand da am Fenster. Was ja nicht unbedingt für Jenny jetzt spricht. Zur Abkühlung, Fenster auf. Nee. Nee, sie haben halt gesagt, lassen wir es. Und in dem Moment, als er halt am Fenster stand, kam ich halt rein. Denn ich soll dir sagen, da ich dich brauche und da ich dich wirklich noch liebe und da ich gerne eine zweite Chance von dir hätte. Du weißt, wie es ist. Ich mein, ich hab mit dir telefoniert. Ich hab dir gesagt, dass ich schon noch Gefühle für dich hab. Das aber für eine Beziehung auf keinen Fall mehr reichen wird. Und ich hab dir auch gesagt, dass du mich sehr verletzt hast mit dem, was ihr zwei gemacht habt. Und ich mein, von mir aus können wir uns treffen, können eine neue Freundschaft aufbauen und können dann gucken, wie es läuft. Aber jetzt momentan auf keinen Fall. Was machen die Deutschen eigentlich in ihrer Freizeit? Ja, Freunde statt Konsum heißt hier die Devise. Denn eine Untersuchung zum Freizeitverhalten hat nun ergeben, dass 90 Prozent aller Deutschen ihre Freizeit vor allem mit ihrer Familie oder mit Freunden erleben wollen. Also nix mit schnell nochmal los und shoppen. Ja, und für die meisten bedeutet Freizeit, dass ihnen dabei niemand reinredet. Ja, das finde ich natürlich richtig. Sie entscheiden völlig freiwillig, dass sie jetzt vorm Fernseher sitzen. Also wenn ich hier drin nicht arbeiten müsste, ich würde es genauso machen. Ja. Hi. Ich bin ein Traummann und hab 180 Kilo Erotik, sagt meine Frau. Also gibt es überhaupt noch keine Nachteile beim Sex, wenn man 180 Kilo drauf hat? Nein, es gibt keine Nachteile. Also keine, keine Riesen- Ich sag mal, mit dem Stehen klappt das nicht ganz so. Aber ansonsten hat er, du hast schon ganz recht. Wie mit dem Stehen? Achso, beim Renewald. Im Stehen. Ah ja, im Stehen. Alles klar. Äh, ansonsten kann ich mit meinem Bauch wahrscheinlich oft mehr Zärtlichkeit und Erotik rüberbringen, als so manche anderen Typen mit ihrem Schniedelwurz. Ja. Aber trotzdem ist es ja so, dass du eindeutig sagst, ich stehe nur auf schlanke Partnerinnen. Nee, ich hab nicht eindeutig gesagt, ich stehe nur auf schlanke Partnerinnen. Ich hab immer nur schlanke Partnerinnen. Sehr schlanke, sehr zierliche. Äh, liegt vielleicht in der Natur der Dinge, dass sich Gegensätze anziehen. Also, eine dicke Frau kommt mir nicht ins Bett. Warum kommt dir keine dicke Frau ins Bett, Christoph? Ja, weil das nicht mein Typ ist und weil ich, ich sehe da keine Erregung bei. Also, da passiert bei dir nichts? Gar nichts. Ekelst du dich vor dicken Frauen, oder? Ja, das kann man nicht sagen, aber das tönt mich nicht an. Ab wann beginnt denn? Wenn ihr sie streicheln müsst und ich die Fettringe in der Hand hätte. Also, wenn ich mal fahre. Das ist so, ich war, ich mochte mich immer schon gerne gut anziehen und wenn ich jetzt ausgehe, ich möchte gerne ein besseres Auto haben, ein schöneres Auto. Und genau zeige ich mich gerne, wenn die Frau hübsch ist und dass die anderen Männer drauf gucken und sagen, oh, Mensch, hat er eine geile Freundin, zum Beispiel. Du hast auch nicht für das Selbstvertrauen, ne? Mit einem dicken Auto und mit einer tollen Frau. Ein dickes Auto habe ich noch nicht, aber er kommt dabei. Ja, aber, aber. Ja, vor der S-Gut-K-Biode ist auch was Schönes, oder? So ein richtig schöner Streit, der würde ja nicht so lange dauern, wenn nur eine Seite Schuld hätte. Aber wie das Leben nun mal spielt, ob Affäre oder Zahnpastatube, alles hat eben zwei Seiten. Ja, nur die Anlässe selbst sind oft einfältig. Aber Affäre ist ein ganz schönes Stichwort. Dazu gibt es ja immer wieder neue und überraschende Geschichten, so wie die von Sandra. Na, mit wem warst du Streit? Mit meinem Mann. Warum? Ja, er war vor vier Wochen hier in der Sendung und hat einer anderen Frau Kinder zusammen. Dein Mann heißt wie? Peter. Peter saß bei mir in der Sendung und wir gucken uns die Bilder mal ganz kurz an, was da passiert ist. Es geht um die Katrin. Die habe ich vor fünf Wochen kennengelernt, im Internet, beim Chatten. Haben uns ganz gut verstanden. Na ja, dann haben wir ein bisschen geschattet halt, gemailt, telefoniert und haben wir uns vor circa acht Tagen das erste Mal getroffen. Und? Ja, ich weiß, ich war so eine ganze Woche weg gewesen, also hatte Urlaub. War bei ihr. Und hat ein paar schöne Tage gehabt. Hat sie irgendeine Ahnung, dass du sie ganz gut findest? Ja, schon. Ich habe ja auch gesagt, beim letzten Mal, wo wir uns verabschiedet haben, war auch mein Geburtstag gewesen und es war nicht so einfach. Ja, was hast du denn gesagt? Ich habe halt schon gesagt, dass ich sie liebe und... Wir haben uns zweimal getroffen. Er ist hier nach Essen gekommen, weil er in Frankfurt wohnt. Ja. Und na ja, hat mir halt nicht so gefallen. Ja, er meinte wohl dann irgendwie am zweiten Tag, ja, er hätte sich so in mich verliebt und er hat schon lange keine Liebe mehr gespürt und von seinen Eltern auch und so. Also, ja, trotzdem habe ich ihnen dann gesagt, ja, pass mal auf, ich will nichts von dir. Hi. Alter, bist du irre? Ich kann es gut verstehen, dass sie auch so denkt. Was? Ich kann es ganz gut verstehen. Was? Was jetzt ziemlich sauer ist, aber es ist eine lange Vorgeschichte, warum ich es auch gemacht habe. Ja, erklär mal. Also, wir sind schon ziemlich lange zusammen, schon über zehn Jahre. Wir haben drei Kinder und in den letzten zwei Jahren hatten wir sehr viele Probleme. Ich habe viel gearbeitet, war kaum zu Hause. Wir konnten auch kein normales Familienleben führen eigentlich in dem Sinne. Und ich habe immer gedacht, dass sie einen anderen hat eigentlich, so das letzte halbe Jahr. Warum? Weil sie ganz anders geworden ist mir gegenüber. Also, wir hatten gar nichts mehr zusammen. Ich wollte mich eigentlich von ihr erst mal trennen, ein bisschen Abstand zu gewinnen. Weil ich nicht wusste, was es überhaupt ist. Mhm. Und weil ich eigentlich trotzdem schon ein bisschen kämpfen wollte dafür, weil ich es eingesehen habe, dass wir doch schon ein bisschen wenig Zeit haben eigentlich. Und da gehst du in die Sendung, sagst dem Mädchen, dass du sie liebst und lügst sie an. Und lügst mich an. Ich glaube dir kein Wort. Die Geschichte bei Katrin, meinst du, ist ja geklärt. Du empfindest nichts für sie, richtig? Oder was empfindest du für Katrin? Eigentlich nichts. Mhm. Mir tut es eigentlich ein bisschen leid, dass ich sie dafür benutzt habe eigentlich, aber... Ja, gut, okay. Dann wirst du ja auch nichts dagegen haben, wenn ich sie jetzt reinhole. So, und dann möchte ich gerne was zu was sagen. Also, dann würde ich gerne das Studio verlassen. Weil ich mich, weil sie mich jetzt angelogen hat. Werde ich angelogen? Sie mich. Warum? Weil ich mich total verarscht fühle jetzt von ihr. Ehrlich gesagt, wer hat uns ausgesprochen darüber. Ich habe damit nichts zu tun, dass sie hier ist. Das glaube ich dir nicht. Sie hat nur von mir gesprochen gehabt. Warum hast du was dagegen, dass das Katrin auftritt? Was gefällt dir daran nicht? Es war ja alles nur ein Theater, denke ich. Ja. Du liebst die Frau gar nicht. Sie hat dir einen Korb gegeben. Eigentlich war es nur ein Theater. Was spricht dagegen, dass die Frau jetzt kommt? Ich verstehe es nicht. Ich will es einfach nicht sehen. Wenn alles geklärt ist. Ich will es einfach nicht sehen. Ja. Ich würde dir aber gerne noch ein, zwei Fragen stellen. Dann bleibst du da vorne sitzen und ich gehe zu dir nach hinten. Hi. Hallo. 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 Als du da bist, ja. Was erzählt er? Er meint, er hatte niemals Gefühle gehabt für dich? Ey, der labert nur scheiße, der Kerl. Nur weil er jetzt so feige ist, die Wahrheit zu sagen, macht er jetzt so kack hier, ey. Das ist echt heftig. Ja. Glaubst du, er hat Gefühle gehabt für dich? Ja. Er hätte doch nicht so viel Geld ausgegeben. Und wenn er sich wirklich rächen würden würde an seiner Frau, dann hätte er sich in Frankfurt irgendeine Schlampe gesucht, mit der er ins Bett gesprungen wäre und hätte sich erwischen lassen. Dann wäre er doch nicht extra hier nach Essen gekommen für ein paar Tage, oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich finde es echt heftig, was er jetzt labert. Peter, kannst du uns da weiterhelfen? Ja gut, ich habe doch gesagt, was ich dazu denke. Es tut mir leid, dass ich dich dafür benutzt habe, für diese Racheaktion, es tut mir leid. Ey, es braucht dir nicht leid zu tun wie mir, ja? Deine Frau, du hast deine Frau verarscht, du hast dir jeden Fall verarscht. Ja, und aus gutem Grund habe ich das getan. Mir kommen die Tränen, echt? Gott, ey. Sag mal, auf wem glaubst du jetzt? Hatten wir was miteinander gehabt? Haben wir im Bett gewesen? Nein. Oh mein Gott, ne? Also. Tja, da fällt mir doch direkt ein, was Zsa Zsa Gabor mal gesagt hat. Es hat keinen Sinn, mit Männern zu streiten, sie haben ja doch immer Unrecht. Ja, das stimmt so natürlich nicht ganz. Ich habe hier ganz bestimmt jetzt recht, wenn ich mich verabschiede. Ja, denn wir sind hier fertig, fix und fertig, aber nur für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich wollte zu Marc noch was sagen. Ob der mit dieser Einstellung überhaupt eine Frau findet. Ja, schon mehrere. Nee, glaub nicht mehr. Ach, das weißt du. Meinst du jetzt ihn? Nee. Ja, wir meinen ihn. Weißt du was, Babsi? Nee, ich nehme mich bitte gar nicht Babsi, ja? Wenn du mich auf der Straße sehen würdest, dann wäre es keine Frage, ob du mich willst, sondern wann und wo. Verstehst du? Weil du kannst... Du kannst... Du kannst... Du kannst... Du kannst... Du kannst... – Du kannst...